Wir haben heute für euch vorbereitet ein poschiertes Ei. Darüber machen wir eine geräucherte Hollandaise mit verschiedenen Dingen, die wir im Wald gefunden haben. Wir haben da ein bisschen Buchen, Rinde, Zapfen und Fichten, Nadeln. Dazu haben wir marinierten Pak Choy, einen jungen Pak Choy, wilder Pak Choy mit einer Vinaigrette von Zitronenbeerbeene, Fichtensprossen, Sirup und Senfsaat. Wir machen heute eine mild geräucherte Forelle. Dazu gibt es bayerische Garnele, etwas Lupinmiso, Espuma und wilden Brokkoli. Wir machen heute zweierlei vom Poldingerlamm. Einmal das Frikando, etwas kurz gebraten und die komplette Keule im Feuer, in der Glut. Dazu machen wir so eine Art Spitzkohl, so einen Salat, den wir mit Miso mariniert haben. Artischocken, Kichererbsen und dazu noch eine kleine Soße mit Salz, Zitrone und einem Mocho. Wir kochen heute eine geflammte Lachsforelle. Die beizen wir kurz an und grillen sie dann ganz heiß. Dann haben wir von Räucherfischen einen Sud dazu. Ganz intensiv mit Pilz und dann gibt es ein bisschen Haskabbeere und grünen Spargel. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.